nein wer ist das alter wie creepy okay gott sei dank danke titan speaker man dieses gesicht auch wieder ne komm nimm den und reiß den kopf weg oder so alter es leute okay das hat jetzt aber nicht wirklich was gebracht hallo und was geht ab meine freunde heute eine neue folge von das gebe die toilet teil 69 von der seite x und schaut bis zum schluss da geht es gleich voll ab okay das haben wir ja in der letzten folge auch schon gesehen in der arme erst verletzt okay dass ich keine hoffnung dann weg ist er die haben sich das wahrscheinlich auch einfacher vorgestellt da in die base rein zu gehen und dann alle fertig zu machen wie schnell ist der bitteschön alter nee okay war das der wo es so geschrien hat oh nee da ist noch einer oh tinti nein 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 ach was hat denn der da für pflanze da hinten weiß ich drauf nein 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 gott sei dank leute das war jetzt mega knapp zack okay wo geht es jetzt hin alter was haben die hier bitteschön alle das gebe die toiletten hat er uns gesehen ey der wollte gerade noch weiter weg ja zack runter gespült mit dir okay okay da ist eine tür wo führt diese tür hin leute ich bin so aufgeregt ich kann nicht hingucken oh mein gott nein nein soll ich soll ich nicht alter was haben die bitteschön für eine base hier h riesengroß mein gott und was da unten wer ist das denn irgendwie hat der eine ähnlichkeit mit steve jobs oder oder nicht schreibt es mal unten in die kommentare nein 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 okay dass die explosion haben wir ja echt nice gemacht ne muss man schon sagen okay wer ist da oben ja okay haben wir es geschafft jetzt das riesen ding ich würde so gerne wissen wie das heißt leute wisst ihr das dann schreibt gerne mal in die kommentare ich bin so neugierig ich weiß leider gar nicht wie das ding heißt weg ist er war das ein bisschen creepy ne alter nicht den ihr ernst es fehlt nur noch king kong ohne spaß kurzen prozess weg mit dir hast hier nichts verloren falscher film ok da freut sich für was kann man das gebrauchen oh ja die zähne wohl die zähne wohl hat bekommen das leider nicht geschafft hat aber dafür uns gerettet hat ehrenmann mhm ok die base das wissen wir mal dann würde ich sagen ran an die pömpel und let's go ne das ist das sind wir ein vieh Junge, was bist du denn für ein Mutantending? Ach du heiliger Fisch. Nein, 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 nein. Alter, das war jetzt mal eine mega nice Sache, ne? Aber, oh mein Gott. Was kommt jetzt? Da, Wackemen. Also die Grafik ist auch richtig nice, ne Leute? Lasst mich mal gerne wissen, schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr auch meint, dass die Grafik ist einfach richtig nice gemacht, ne? Das ist ja irgendwo im Real Life auf einem Fußballfeld. Oder meint ihr nicht? Ja voll. Komm, zack. Schmetter den weg. Bam. Okay, jetzt eins gegen eins. Komm, Wackemen. Los. Ui. Sag mal. Wie können die kleinen Skibitis hier einfach so rumspawnen? Das geht nicht. Voll unfair. Ich hab gesagt eins gegen eins, Junge. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt, ey, so ein Angsthase. Ja, aufpassen. Leise. Leise, leise, leise. Echt jetzt. Das war doch so klar. Alter, hat der nicht einfach ne Jason-Maske auf? Ey, jetzt drehen die Skibitie-Toiletten voll am Rad, oder was? Was erschaffen die hier bitte schön für Monster? Ey, und dann sind die auch noch so stark. Nein. Nein. Dankeschön. Super. Die Zahnglocken. Nein. Geht weg von dem. Ich sag's euch. Na. Alter, die. Tun den auseinanderbauen. Nein. Nicht denne ihr Ernst. Nein. Nein, warum ist keiner? Warum hilft ihm keiner? Jetzt. Ah, wake a man. Der Schisser. Ich sag, ja, erledige den mal, ne? Ich hau mal kühnt ab. Was soll das denn? Mach den fertig. Wir müssen die Tank-Glocken irgendwie wieder zurückholen. Aber die haben einen Teil von denen weggeschleppt. Nein. Zack, los. Ist die blöde? Die Toilette ist so stark, oder was? Komm, mach den fertig, mach den fertig. Mach den fertig. Gott sei Dank. Okay. Das war richtig nice. Alter, der kommt einfach mit einem Looping hier angeflogen. Warum? Warum sind die so ultra stark geworden? Warum sind die so ultra stark geworden? Nein. Nein. Geh. Geh. Oh, okay. Schutzwand. Das ist gut. Aber wie lange hebt ihr? Oh. Schon fertig. Oh. Also nicht lange. Okay. Geh in. Sicherheit. Hey. Alles gut bei dir. Komm. Okay. Das siehst du dich von draußen. Wo Latsch. Die sich von draußen, wo Latsch Kriegermans nicht geschafft hat. Wer wartet? Wartet mal. Wartet. Zurück. Wartet mal. Okay. Hier die Sicht von Latsch Kriegermans leider nicht geschafft hat. Habt ihr das gesehen? Stopp. Genau hier. Von diesen TV-Head. Da fliegt der Kopf weg. Okay. Der ist auf unserer Seite. Okay. Wessen Kopf ist das bitteschön? Leute, kommt der euch nicht bekannt vor? Ist das nicht der Schauspieler von Breaking Bad? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und jetzt ist die Frage. Leute, den haben wir im letzten Teil auch gesehen, wo wir in der Base waren von der Skibidi Toiletten. Ja. Der hat uns ja gesehen gehabt und hat es dann alarmiert. Ist das jetzt nur eine Verkleidung? Ist der eigentlich auf unserer Seite? Oder ist der auf der Seite von den Skibidi Toiletten und hat einfach diesen TV-Head, wo eigentlich auf unserer Seite ist, in Besitz genommen und gibt es den gar nicht mehr? Leute, stellt euch das mal vor. Also ich bin jetzt mega gespannt. Okay, weiter geht's. Okay. Die TVs fliegen auch los. Kämpfen. Okay, was war das aber für eine Skibidi Toilette? Da war auch ein Lautsprecher drauf. Das heißt, es ist eigentlich unsere, oder? Da waren auch die Kamera-GBDs. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Wurde der jetzt erledigt? Oh mein Gott. Nein, nein. Titan-Speaker-Man. Lass den doch mal in Ruhe, Mensch. Nein. Nein. Die ist auf der bösen Seite. Ja, da drin sind die anderen. Warum? Warum bist du denn nicht rein? Chibi-Man. Nein. Was ist das denn für ein Zombie-Ding? Leute, ich hasse es einfach nicht mehr. Was machen die Skibidis, bitteschön? Die sind total überlegen, langsam. Okay, aber die gibt es nicht. Diese T-Head. Diese komischen Mutanten Skibidis angreifen. Leute, ich weiß nicht. War die einfach nur von den Gegnern besessen? Ist die eigentlich doch auf unserer Seite? Oder spielt die ein falsches Spiel? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich traue der irgendwie nicht. Nachdem der Typ vom Waking-Bet in der drin war. Leute. Oh mein Gott. Total beschädigt. Total beschädigt. Aha. Was bist du denn auch schon wieder für einer? Ach so ein Boss-Gibidi. Hä? Leute, ich verstehe es einfach jetzt gerade gar nicht mehr. Was ist mit den Titan-Speakerman los? Und mit den Titan-Camerman. Die wurden alle manipuliert. Alle wurden sie manipuliert von den bösen Skibidi-Toiletten. Okay, und die jetzt natürlich auch. So, hä? Ei, dieses Gesicht auch schon wieder. Warum müssen die immer so komisch gucken, wenn sie denken, dass sie überlegen sind? Warum? Mach doch Titan-Speakerman, Kameraman. Keiner von denen. Oh mein Gott. Zack, weg mit dir. Ja, genau. Genau. Chokers-Gibidi kommen jetzt auch noch. Alter. Leute, was? Das mit den grünen Haaren ist Choker. Und das ist doch Pennywise mit verschiedenen Haarfarben, oder? Jetzt wird's wirklich langsam creepy. Zum Glück sind die nicht so stark, ne? Leute, ich glaube einfach, Skibidi-Toiletten wollen immer unheimlichere Monster erschaffen. Was sag ich denn? Jetzt ist hier auch noch Ess-Toilette. Und jetzt ist sie weg? War das nur eine Halluzination, oder was? Mein Gott. Nein. Nein. Ja. Genau. Zack. Weggeschmettert. Diese kleinen, warum sind die kleinen so stark? Schock. Und schnell! Weg mit dir. Weg! Weg! Weg mit dir. One-Nassen-Kernkern. Zylicks-Gibidi. Weg mit dir. Oh mein Gott. Pennywise Toiletten. Leute, ich ahne, Böses. Nein. Wer ist das? Alter, wie creepy. Okay, Gott sei Dank. Hey, danke, Titan-Speaker-Man. Weg mit Ya**. Ei, dieses Gesicht auch wieder, ne? Komm, nimm den und reiß den Kopf weg oder so. Alter. Es. Leute. Okay, das hat er jetzt aber nicht wirklich was gebracht. Spiegelman. Oh mein Gott. Was machen die mit Spiegelman? Leute. Okay, was war das jetzt für eine Rakete? Ach. Schon wieder. Ey, die Lache. So unheimlich. Und dann auch so komische Spinnenbeine. Oh oh. Nein, aufpassen, aufpassen. Kommt. Nein. Nein. Komm, Titanspiegelman. Mach den fertig. Nein, 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 nein. Was? Bitteschön mit dem Flammenwerfer? Alter. Alter. Ja, schnell, schnell, schnell. Braucht die Kopfhörer. Oh, das war knapp. Okay. Und zack. Weggeschmettert. Gut. Leute, wo kam der denn jetzt her? Alter. Wie krank war das, bitteschön. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Seid auch wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.